Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichter Weisheit. Letzter Schluss. Neben den großen Betriebssystemen, ob sie nun frei oder unfrei sind, gibt es auch noch ein paar weitere kleinere Betriebssysteme, die durchaus bemerkenswert sind, besonders wenn vieles quasi von Grund auf neu entwickelt wurde, wie zum Beispiel bei Colibri OS. Das ist ein sehr leichtgewichtiges kleines Betriebssystem, was ja doch eine ganze Menge enthält. Und das gucken wir uns mal an. Erstmal so ein paar Informationen dazu. Colibri OS, was ist das überhaupt? Also es ist erstmal ein alternatives Betriebssystem. Und warum ich das jetzt aufnehme, ist, es gab am 01.04.2024 eine neue Version davon. Ich hatte diese Folien schon vor einiger Zeit vorbereitet. Da gab es allerdings noch nicht die Vögel, die auf den Seiten hier so vorkommen. Die sind jetzt neu und den Rest habe ich noch ein bisschen angepasst. Aber die Folien waren eigentlich schon vor über einem Jahr fertig und haben rumgelegen. An den weiteren Informationen ändert sich eigentlich jetzt nichts. Also Colibri OS braucht minimal 1 MB Speicherplatz. Man braucht nur 8 MB RAM dafür. Minimal. Auch eine durchaus bemerkenswerte Leistung, dass das geht. Und es sind schon viele Anwendungen dabei. Unter anderem 30 aufregende Spiele, sagt jedenfalls die Webseite. Die Mehrheit von den Quelltexten sind unter der GPL V2 veröffentlicht. Das Ganze ist komplett in FASM, also in Assembler geschrieben, was ja auch nicht so häufig vorkommt. Darum ist das auch wahnsinnig schnell. Und direkt zum Ausprobieren gibt es ein Disketten-Abbild, ein Live-ISO und eine CD bzw. SSD als Image, was im BIOS- oder auch UEFI-Modus booten kann. Die Informationen zu dem ganzen Colibri OS-Projekt findet ihr hier. Und Downloads gibt es direkt dort. Solche Dinge oder auch ansonsten probiere ich immer ganz gerne in VirtualBox aus. Das könnt ihr relativ einfach auch nachmachen, indem ihr die Latest-Variante im RAW-Format runterladet. Es gibt verschiedene Sprachen. Deutsch ist nicht mit dabei, von daher würde ich das Englische nehmen. Wenn ihr eine andere Sprache könnt, dann guckt auf die Seite drauf und ladet euch was anderes runter. Da haben wir erstmal so eine 7-zip-Datei, die denn so heißt und mit 7-Z-Freifeld-X und Dateinamen entpacken wir das Ganze. Dann haben wir hinterher so eine RAW-Datei. Das ist ein direktes 1-zu-1-Abbild von einer virtuellen Festplatte. Also quasi alle Sektoren, die auf der Festplatte drauf sind, stecken in dieser Datei. Und das kodieren wir einmal um. Also das konvertieren wir einmal mit V-Box-Manage. Das gehört zur VirtualBox mit dazu. Mit Convert from RAW. Also aus dem RAW-Format möchten wir was anderes machen. Und in diesem Fall eine VDI-Datei. Das ist das VirtualBox-Format für virtuelle Festplatten. Danach legen wir eine neue virtuelle Maschine an. Mehr oder weniger könnt ihr euch da entscheiden, was ihr da denn nehmen wollt. Da seid ihr relativ frei. Ich habe dafür als Typ Linux genommen irgendein Debian, was 32-Bit kann. Und hinterher einem umstellen, dass die Soundkarte eine Soundblaster 16 ist. Sonst haben wir nämlich keinen Ton. Und als Festplatte, wenn ihr da gefragt werdet bei VirtualBox, nehmt die bereits vorbereitete VDI-Datei. Genau, und danach anstellen und dann läuft das. Gucken wir uns das mal an, wie es aussieht. Sieht nämlich so aus. Das läuft üblicherweise ziemlich schnell durch. Darum habe ich es jetzt mal angehalten. Wir können an der Stelle was aussuchen. Also A drücken und eine andere Auflösung wählen. Ich nehme mir jetzt diese hier. Die passt üblicherweise ganz gut hier so in mein Setup da rein. Und dann... Ja, genau. Den Rest lassen wir so. Einmal Enter drücken. Und ja, jetzt ist es schon hochgefahren. Also so schnell geht es dabei. So sieht also der Desktop von dem Colibri OS aus. Wir haben da schon so ein paar verschiedene Anwendungen drauf, die ich ja eigentlich nicht wirklich kenne. Ich habe das vor über einem Jahr mal so ein bisschen geguckt, ob das überhaupt was ist, was ich... Ja, also was soweit funktioniert, dass ich es zeigen kann. Ja, und damals hat es funktioniert. Aber die Version vom 1. April 2024, die kenne ich noch nicht. Also vielleicht hat sich was geändert. Vielleicht geht was nicht, was damals gegangen ist. Und das gucken wir uns einfach mal an. Ich würde jetzt mal hier links oben anfangen. Kfm2. So. Dateimanager. Schauen wir uns so ein bisschen da mal um, was es gibt. Also es gibt hier... Also eine Festplatte. HD0-1. Das wird wahrscheinlich die erste Partition sein. Und das sieht aus nach... Hm... Woher sieht das aus? Also wir haben hier so ein Image mit einem Megabyte. Dann haben wir hier AutorunInf. Gucken. bloß Icon drin. Und... Config. Indie. Was haben wir da? Also das sind Einstellungen für einen Bootloader wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und... Was haben wir noch? Also das sieht alles sehr nach verschiedenen Bootloadern aus. Also EFI, damit man starten kann. Und auch für den BIOS-Modus. Ja, genau. Also danach sieht das aus. Also das ist dann... Ähm... Die EFI-Partition. Dann haben wir hier noch Kolibri. Und... Ja, ich denke mal, das werden die Programme sein. Haben wir da... Oder? Also jedenfalls teilweise denke ich, dass es Programme sind oder Bibliotheken. Ja, ein bisschen größer geht auch noch. Achso, Settings haben wir auch noch. Okay. Dateizuordnung kann man hier direkt editieren. Was womit geöffnet werden soll. Also für Quelltext gibt es C-Edit. Texteditor. Dinge ausführen. Was zum Packen. Was zum Lesen von Dokumenten, denke ich mal. So was wie ein Web-Browser. Media Player. KIV. Vielleicht. Ich rate mehr oder weniger bloß. Ähm... DOSBox. Okay. More. Achso. Und hier sind die Dateitypen, die mit dem Programm, was vorher definiert ist, denn ausgeführt werden sollen. So, was haben wir da? F-Play. F-Play ist zuständig für AWM, KV und andere Videoformate. Okay. Gut. Dann nochmal ein bisschen reingeguckt. Was haben wir hier unter 3D? Da haben wir 3D-Cube 2. Mhm. Ray. Gucken. Okay. Irgendwie ein Demo, was Raytracing macht. Dann Gears. Okay. Gut kennt man von OpenGL. Also das ist eins von diesen Standard-Beispiel-Programmen, was eigentlich überall mit dabei ist. Dann... Ja. Sehr schnell rotierender Würfel. So, wenn ich das jetzt... Okay, gut. Die Größe kann ich nicht ändern. Genau. Also 3D-Cube-Sample. Also ein Beispiel für einen 3D-Würfel. Ja. Gut. Also da sind so 3D-Sachen drin. Obwohl eigentlich ist es ja Quatsch, das hier rüber zu starten. Es gibt ja Menü-Einträge. Also wir haben gesehen, es gibt einen Datei-Manager. Dann als nächstes EO-Lite. Da haben wir nochmal sowas ähnliches, so wie ein Explorer von der Art her. Ja, eine andere Art und Weise, wie man bei den Verzeichnissen so durchkommt. Colibrio, es ist da und das ist süß. Also wir haben wahrscheinlich verschiedene Partitionen, die reingemountet sind und dann andere, ja, Bestandteile von Betriebssystemen enthalten. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir KFAR. KFAR sieht jetzt wieder sehr ähnlich wie der Midnight Commander aus. Also Prinzip ist wieder wie am Anfang, wie bei KFM 2. Bloß das Ganze im Textmodus. Auch wieder mit hier unten den Hinweisen, zu welcher Funktionstaste das ist. Also habe ich gerade ein bisschen unterschlagen, aber wahrscheinlich kennt ihr das auch. F3 zum Angucken von einer Datei. 4 zum Editieren. 5 zum Kopieren. F6 zum Umbenennen, beziehungsweise Verschieben einer Datei oder eines Verzeichnisses. Dann F7, um neues Verzeichnis zu erstellen. 8, um Dinge zu löschen. Und 9 ist hier der, ne? 9 macht nichts. Kann ich auch nicht anklicken. Keine Ahnung. Also man hätte wahrscheinlich was konfigurieren können, aber irgendwie doch nicht. Dann haben wir hier einen Taschenrechner. Wow. Ja, darf auch nicht fehlen. Und da eigentlich kein Betriebssystem. Das gibt es eigentlich auch überall irgendwie. Dann haben wir noch hier TinyPad, ein Texteditor. Und, und, und. Gucken. Ist da irgendwo was? Indie. Indie sollte Text enthalten, denke ich mal. Und Run. Run in Debugger Compile. Also das scheint auch noch so eine ganz kleine Entwicklungsumgebung zu sein, wo ich Dinge kompilieren und ausführen kann und sogar im Debugger laufen lassen kann. Suchen, ersetzen. Jo. Also, kleiner Editor. Dann haben wir noch C-Edit. Das hier könnte etwas umfangreicher sein. Also das hier ist wohl eher so die richtige Entwicklungsumgebung. Hat Unterstützung für C, für dieses FASM, also für dieses Assembler, was auch gebraucht wird im Betriebssystem. Für Indie-Dateien, für JSON, für Lua, für Oberon und Pascal. Pascal, okay, Pascal, oberen. Mal was anderes. Und da haben wir auch wiederum Bauen, Ausführen, Debuggen, Tools. Systemfunktion. Okay, also hier haben wir schon so ein paar, ja es ist ja Assembler, ne? Also da haben wir jetzt hier Funktion 0, Funktion 1, 2 und gucken, das geht runter bis 80. Also dort wurden 80 Systemfunktionen definiert und nicht so wie man das vielleicht von so einem traditionellen Assembler kennt, wo viel einfache Funktionen sind zum Hochzählen von einer Variablen oder von einem Registerinhalt. Hier ist es denn gleich, Funktion 0 ist. definiere und zeichne ein Fenster. Und dann wird in den einzelnen Registern hier, CPU-Registern, denke ich mal dem entspricht es, wird erstmal hier die Funktionsnummer hinterlegt im ersten Register, also dem EAX und dann im BX, äh, Koordinate, wahrscheinlich an welche Stelle das soll, dann kommt EDX, da kommt dann rein, was für eine Art von Fenster das sein soll und so weiter und so fort, ne? Durchaus interessant. Also, dass das Ganze über Assembler läuft und nicht über C, C++ oder eine andere höhere Programmiersprache. Und damit es doch einfacher zu handeln ist, werden gleich hier relativ hohe Funktionen definiert, die in Assembler benutzt werden können. Also, ein interessanter Ansatz eigentlich. Ja, dann haben wir hier noch die üblichen Öffnen, Speichern, Als und so weiter, dann wieder Suchen, Ersetzen, ja, genau, nochmal. Oder Moment. Paste. Achso, Kopieren, Einfügen. Suchen und Search. Achso, genau, Suchen und Ersetzen, genau. Kodierung ändern. Dann, wie groß man es gerne hätte. Drei verschiedene Größen. Dann in hell, in Tinypad, in dunkel. Bestimmt sehr interessant, sich das mal anzugucken. Also, ich will das jetzt nicht machen, aber ich meine, wenn euch sowas interessiert, guckt euch das gerne mal an. Also, ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, was man vielleicht mal ausprobieren könnte. Ja. An die Mage haben wir denn hier. Das ist wohl was zu malen. und Gucken, das ist rückgängig. Edit. Undo. Undo. Danke. Ach ja, stimmt, da habe ich noch eine kleine... Also, ich kann nicht reinzoomen mit SRG und Mausrad. Das geht nicht. So, ne. So, ne. Äh, pppppppp, den da. So, habe ich das jetzt zu. Und gucken. Dann wieder den hier. Jo, jetzt ist es zu. Also, eine einfache, ähm, Anwendung, um Dinge zu malen. Jo, okay, gut. Das macht einfache Linien. Geht dann auch in anderen Farben. Ja. Und, äh, man, 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 man. Text. Kann ich Text? Ne, das ist jetzt ausgegraut. Spray. Und hinterher kann ich das Ganze auch noch irgendwie speichern als... Ist das ein N? Ich denke mal, das ist ein PNG, oder? PMG gibt es ja wohl nicht. Jo, genau. Also, eine ganz einfache Anwendung, um Dinge zu malen. Aber Text geht nicht. Hm. Okay, gut. Dann haben wir hier App Plus. Okay, also, da kann ich... Äh, zusätzliche Software... Installieren. Also, wenn ich jetzt hier die DOS-Box nehme. Die ist ja schon da. Easy Shot. Screenshot. Okay, gut. Okay. Und? Hm, 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 hm. Das macht mir hier unter Temp Null. Also, im Temp Verzeichnis macht es mir irgendeine Art von... Ähm... Ähm... Video? Also, vom Namen her aufzeichnen hätte ich jetzt gedacht. Weil es ja auch wieder stoppen kann. Dass mir das... Ähm... Wie... Ach... Ah! Hier, das macht jede Sekunde ein Bild. Okay, gut. Jo. Kann ich das runter? Nee, also, ich kann jetzt hier nicht sagen, ich möchte jetzt, ähm... Zehn Bilder pro Sekunde. Das geht nicht. Also, das Minimum ist... Obwohl, Null. Jetzt. Okay, gut. Also, es geht auch schneller. Aber ich habe hinterher Einzelbilder. Und... Äh... Keine Ahnung. Also, Leertaste geht nicht zum nächsten Bild. Und Pfeil nachher geht auch nicht. Ah ja, genau. Also, ich bekomme kein Video. Ich bekomme einzelne PNG-Dateien, die ich dann zusammenfügen könnte zu einem Video in einem Format meiner Wahl. Da ich es jetzt offen habe, mache ich an der Stelle mal so weiter. Also, ZC. Das sieht jetzt anders aus, als das, was wir gerade eben hatten. Also, das ist nicht... Select Disc. Da hatte ich ja Bilder drin. Also, es sieht anders aus, als dieser Bildbetrachter, den wir gerade eben hatten. Und, ähm... Ja, man kann sich damit wiederum Bilder angucken. Kann ein bisschen... Normal... Auto... Also, man kann damit rein und raus zoomen. Dann gibt es noch... Wallpaper. Habe ich jetzt ein Hintergrundbild? Ja, okay. Also, ich habe wirklich das Hintergrundbild gesetzt. Also, das hier ist, ähm... Nicht mehr das... Also, das ist nicht die Anwendung. Darum ist das auch da drüber. Also, darüber kann man denn, äh... Das Hintergrundbild setzen. Okay, warum nicht? Hm, hm, hm... Hm, hm... Boah. Gut, also eine einfache Anwendung, um sich auch nochmal Bilder anzugucken. Dann, Fplay. Das ist wahrscheinlich so ein Programm, um... Äh... Videos abzuspielen. Spielen. Ja. Man muss natürlich irgendwie was draufhaben, womit man es auch benutzen kann. Sort file. Open. Okay, gut. Und dann nennen wir Graph X2. Das ist... Ach, okay. Das ist sowas, äh... Tribute to Deluxe Paint. Das ist ein Programm, was, ähm... Kann das raus? Also, die Grundzüge sind relativ alt. Gab es unter Amiga, DOS und anderen Systemen, glaube ich, auch. Und das war eins der frühen Programme, die benutzt wurden. Und ich glaube, für Monkey Island wurde das auch benutzt. Also, für den ersten, wahrscheinlich für den zweiten Teil. Und, ja, ähm... Ist ganz schön klein, ne? Ähm... Shade. Jetzt müsste man natürlich noch damit umgehen können, wie das funktioniert. Ah, Error. Loading Font. Äh... B... Äh... Ja... Das da? Nö. Acht Pixel... Was? Korn... Okay. Also, das hat jetzt irgendwie ein Speicherproblem. Wobei ich da virtuellen Maschine... Mal gucken. Wie hat ich gegeben? Ich habe dem 16 Megabyte gegeben. Also, mehr als das Minimum. Doppelt so viel. Also, von daher denke ich, geht das in Ordnung... Was ist das? Delete... Äh, Delete Current Page. Nö. Gut, also man muss natürlich wirklich wissen, wie man damit umgehen kann. Ich versuche eigentlich bloß noch, um irgendwas zu finden, um rauszukommen. Fragezeichen. So, about... Äh... 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 Was ist das denn da? Ah, Bildschirmauflösung. Die kann man hier auch nochmal extra festsetzen. Also, unter DOS muss man sowas hier ja direkt angeben, weil das direkt programmiert war. Ohne ein Betriebssystem. Da wurde direkt in den Grafikspeicher reingeschrieben. Mal gucken. Und wenn das hier jetzt so eine Portierung ist... Ah... Okay, jetzt sieht man schon mal ein bisschen mehr. Ach, Quitt heißt das? Jetzt kann ich es auch erkennen. Also, vor... Oder was heißt erkennen? Also, jetzt kann ich raten, was da stehen soll. Achso, Move Frame Back. Das ist denn auch zum Animieren? Also, man macht so Einzelbilder wie bei so einem Daumenkino. Und dann nimmt man das Bild von... Also, das sind die Einzelbilder für so eine Animation. Und dann nimmt man ein Bild, macht dann eine kleine Modifikation da dran. Und speichert das dann neu. Und auf Basis von dem, ja, Modifizierten, modifiziert man das nächst wieder und so weiter und so fort. Und dafür ist das wohl da. Ja, also, ist bestimmt interessant. Äh... Ne. Möchte ich nicht haben. Aber das könnte dauern. Also, falls sich jemand dazu berufen fühlt, dazu mal was zu machen. Oder vielleicht gibt es ja auch Videos dazu. Dann, äh... Ja, gerne sowas selber machen. Oder guckt mal nach, was es dazu gibt. Dann, äh... Wahrscheinlich... Uh... PDF. Damit kann man irgendwelche PDFs wahrscheinlich angucken. Dann, äh... Icon-Edit. Da kann man Icons malen. So was Ähnliches haben wir ja auch gesehen bei... Äh... Ich hab' mir ja im Dezember Dinge angeguckt. Verschiedene Desktops, die eher so ungewöhnlich sind. Und da gab es bei dem... Ach, wie hieß denn das? CDE. Also, sowas CDE-Ähnliches. Da gab es auch so einen Icon-Editor. Boah. Der auch so ähnlich war. Okay, gut. Ähm... Metronom. Und... 3D-Tools. Äh... Ähm... Bestimmt. 3D. Achso, okay. Open. Okay. Hm-hm-hm. Was haben wir da? Geht das da? Open. Auch nicht. Hm. Also, vielleicht ist es ein Programm, womit man... Üblicherweise diese 3DS-3D-Studio-Dateien öffnen kann, um sich die anzugucken. Aber... Hm. Voxel-Editor. Aber... Warum... Warum ist das jetzt hier auf Kyrillisch? Finde ich hier unpraktisch? Ja, gut. Also, damit kann man irgendwie... Verstehe ich nicht. Ähm... Also, Voxel sind ja 3D-Pixel. Normalerweise hat man ja bloß 2D, ne, X und Y und dann da ist noch die Z-Ebene bei. Und damit kann man anders als bei anderen 3D-Engines Dinge zeichnen, die im dreidimensionalen Raum sind und nicht auf Basis von Dreiecken, wie es eigentlich so üblich ist, sondern auf Basis von einzelnen Pixeln. Ja, ist eine andere Vorgehensweise, wird... Wo wird das? Minecraft zum Beispiel. Also, das ist so eine Art Voxel-Engine. Wo... Ja... Ja, stimmt wahrscheinlich nicht wirklich, weil das intern wahrscheinlich anders umgesetzt ist. Aber, ja, eine andere Art und Weise. Dann haben wir hier ein 3D-Herz. Da können wir, ja, den Schattierungsmodus umstellen. Dann die Geschwindigkeit etwas hochstellen. Zoom Out, Zoom In. Hoch. Etwas weiter weg. Ja, genau. Und... Kettbar. Hm. Gut, also ein 3D-Herz. Dann... Application not found. Cubeline. M2 View. Oh. Ach, das ist... Wo kommt der denn hier? Ist das... Ist das... Quake? Nö. Hm. Okre 3D. Wegen... Oga-artig. Ich weiß es nicht. Globe. Ja, ne... Weltkugel. Äh... Rotate. X. Y. Na da? Komm mal. Hä? Ach so. Geht er an, geht er aus. Also... Ah, ok. Da oben steht's. Äh... Äh... Pfeiltasten und... Und... Und, und, und... Genau. Also Pfeiltasten und... hui... Ne, plus... Also Minus geht. Plus... Nicht. Warum? Okay, also... Ja, Tasten... Ja, Tasten... Also entweder verstehe ich das Tasten-Prinzip hier nicht oder die verletzen sich auch gar nicht belegt. Also Minus geht, Plus geht nicht. Hm. Mal gucken. Escape geht. Sehr gut. Dann haben wir hier Guide. Guide, guide, guide. Okay. Ähm... Obwohl es ja ein lokaler Pfad ist, findet er das nicht. Nicht CFG. Äh... Äh... Wieder zurück. Aber... Achso, okay. Start, Stopp. Also Netzwerkkarte ist ja vorhanden und die müsste auch DHCP können. So, mal gucken. Dann haben wir noch hier... D, D, D... DOS Box haben wir schon gesehen. Also DOS-Programme kann man da drin wohl ausführen. Dicty. Achso. Englisch zu Russisch. Oder? Umgekehrt. Okay, wenn ich jetzt diese Buchstaben eingeben könnte, könnte ich wahrscheinlich gucken, was es bedeutet. Dann haben wir noch FNAF. Das ist nochmal ein Dateibrowser. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Okay. Dann haben wir hier Textedit. Das sieht relativ ähnlich wie das andere aus. Mal gucken. Äh... Ja, gut. Äh... CNC-Editor. Ach, kann ich das hier kopieren? Nee. Sonst hätte ich das hier mal kopiert und da in diese Übersetzung reingeworfen. Mal gucken, was passiert. Aber das kann ich nicht auswählen. Daher... Hm... CNC. Command & Conquer Editor. Hm. Eher nicht. Dann Live. Ja, Game of Life. Auch ein bekanntes Prinzip, wie sich diese einzelnen Pixel da vermehren und teilen und... Äh... Äh... Denn auch wieder sterben. Das Ganze in viel zu schnell. Ja, Kalk Plus. Das ist jetzt ein anderer als der hier. Das hier ist Kalk 1, Punkt 4, 5 und das ist Kalk Plus 0, 5. So. Äh... Äh... 4 plus 5. Zack. Und dann kann ich jetzt sagen... Plus 10. Äh... Äh... So. Also das ist so ein bisschen so wie schriftliches Rechnen mit, ähm... Wiederholen von dem, was wir vorher hatten. Also, ja. Im Gegensatz zu sowas hier. 4 plus 5. Hm? Ja. 4. Plus. Ach, das... Ah, ja. Okay, gut. Ähm... Genau. Also das... Das... Äh... Oben steht ein ganz kleines Plus. Es gibt auch zwei... Mindestens zwei Taschenrechner dabei. Und dann Tiny Basic. Äh... Hm. Also ich kann nichts eingeben. Da ist nichts. Ich kann es aber wieder zumachen. Oh. Hm. Also... Vielleicht ist es ein Kommandozeilen... Also es... Es wird höchstwahrscheinlich ein Kommandozeilenprogramm sein. Und so kann man es nicht benutzen, weil es ein Kommandozeilenprogramm ist. Von daher ist es ein bisschen sinnlos, dass es da im Menü drin ist, weil es so nicht aufrufbar ist. Also Tiny Bus heißt das. Wenn ich das jetzt mal... Teeny... Nee. Englische Tastatur. Okay. Auch nicht. Hm. Was macht das? Help. Okay, gut. Es gibt 31 Kommandos. Ja. L is mod. Ach nee. L is. Man kann es nicht vervollständigen. Da haben wir Sound. Und... Ist das die Netzwerkkarte? Wegen I irgendwas? Ähm... Ramdisk wahrscheinlich. Und Mauszeiger und USB. B. Also nicht Mauszeiger, sondern die Maus über PS2. Dann haben wir hier irgendwie so das History. P.K.M.K.D. Wait for. CP Free Café. More Reboot Abteil. Ja, insgesamt bloß 31 Kommandos. Wirklich so das allergrundlegendste ist mit dabei. About, sagt er mir da, den Shell 083. Gut, dann habe ich schon mal die Shell vorweggenommen. Dann habe ich die Shell schon mal vorweggenommen. Und weiter geht es mit T Hash View. Ach so, okay. Das berechnet eine Schecksumme in verschiedenen Formaten. MD5 zum Beispiel. Sieht so aus. SHA 1 haben wir sowas. Und SHA 256 haben wir sowas hier. Und das kann man jeweils kopieren in die Zwischenablage, wie dort steht. Und... Paste. Compare. Ah, okay, gut. Also ich kann... Also ich kann dort eine Datei auswählen. Entweder eine Schecksumme berechnen lassen. Oder auch eine vorhandene Schecksumme dagegen prüfen lassen. Oder eine Datei gegen eine vorhandene Schecksumme prüfen lassen. Ja, klein und praktisch. Ja, Notes. Die Klebezettel, oder? Ach, so eine Abhakeliste. Also hier, äh... Milch holen. Ja, und wenn ich das gemacht habe, mache ich das so. Das finde ich eigentlich ganz cool, ne? So mit... Kannst du auch mehrere Zeilen? Ne, kann es leider nicht. Ähm, so eine Abhackliste, auch mit so ein bisschen Papier-Design da zum... Also wie so ein Abreißzettel. Oh, hast du eigentlich ganz nett gemacht. Achso, kann ich auch wieder abhaken, wenn ich gedacht habe, oh, ich habe was Falsches geholt. Dann... Oh, also das ist doch ganz nett. Und da kann ich... Achso, mit... Ähm, Enter jeweils bestätigen, sonst ist es weg. Zahlen... Ne... Bestätigen. Und speichern. Ähm, mu.cvs. Vielleicht so. File saved. Mal gucken. Wenn man jetzt hier so einen nimmt. Und... Habe ich das dahin getan? Temp? Nach... Ähm... Wo speichert es denn die Dateien ab? Okay, gut. Also, irgendwo wird meine mu-Datei höchstwahrscheinlich gelandet sein. Wenn ich das nochmal hier mache. Hier nochmal sage. Mu.cvs. Load. Es ist nicht weg, aber ich finde es nicht. Okay, ja, ich würde sagen, damit kann ich im Moment auch gut leben, denn ich möchte es ja hinterher nicht wirklich weiterverwenden. Dann haben wir einen FTP-Client. Da kann ich mich irgendwo hin verbinden. Und habe höchstwahrscheinlich einen... Äh... Ja... Äh... Obwohl... Welcome... Okay. Also, ein Netzwerk scheint durchaus zu funktionieren. Denn ich würde jetzt sagen, links ist mein Temp-Verzeichnis. Und auf der anderen Seite, das ist der FTP-Server vom, äh... ja, Colibri-OS-Projekt. Okay, also... Okay, also... Das funktioniert. Dann Quark. Okay, also ein einfacher Text-Viewer zum Texte angucken. Sowas wie Less in bisschen grafisch. Haben wir hier noch mal kurz was zum Gucken. Demos, Demos, Demos. Das ist ja so klein. Okay, gut. Ja, also man kann sich damit Text-Dateien angucken. Das glaube ich dem jetzt einfach mal. Dann haben wir hier... Ram-Drive. Ach so, okay. Also ich kann... Ähm... Also ich habe hier so ein temporäres Laufwack im Arbeitsspeicher. Und das kann ich jetzt irgendwo speichern, damit ich es dann wieder laden kann. Eigentlich eine ganz interessante Sache. Gibt es was bei Knop-X auch? Okay, dann haben wir noch hier... Äh... FP2-Read. Hm... Media... Haben wir irgendwo? Äh... B-B-B-B-B-B-Driors... Media-Network-Settings... Ich nehme einfach mal sowas hier. Auto. Okay, also das kann mir... Also damit kann ich mir... Dokumente in verschiedenen Formaten angucken. Vielleicht kann es ein bisschen mehr... Also vom Namen kommt mir das auch so ein bisschen bekannt vor. Ähm... Dass man da mal diese Comics... Comic-Book-Dateien lesen kann. Oder vielleicht auch PDF oder so. Keine Ahnung. Web-View. So... Homepage. Genau, das ist das, wo ich mir vorhin... Da... Also mit den 8 MB habe ich den geguckt. Und irgendwo 1 MB Festplattenplatz. Das habe ich immer so übernommen in meiner Folie. Wo ich hoffe, dass das auch soweit stimmt. Das Ganze ist in... Äh... Ja... Achso, Flat Assembler. So heißt das Ding. Und hier gibt es ein... Äh... File Save to Manual... Okay, gut. Ähm... Ist für den Browser hier nicht so geeignet. Mit Rechtsklick ruhe ich mal, ob ich jetzt hier noch ein bisschen was einstellen kann. Background. Also... Von mir aus auch... Ach, super. So. Dann bin ich davon nicht selbst irritiert, dass ich da was eingestellt habe. Achso, dann haben wir noch NetSurf. Also Entfernen-Taste geht nicht. Und das hier. Fetch Processing. Okay, also das sieht schon mal besser aus. Kann es auch... Äh... Ja. Ne. Also Verschlüsselung kann es gar nicht. Jo. So, wenn ich jetzt nochmal gucke. Sieht auch schon besser aus. Und dieses Video, was da auf der... Also auf eigentlich genau derselben Seite verlinkt war. Das ist weg. Dann hier zur rechten Ecke. Debug. Da haben wir einen Debugger für... Äh... Help. Help. Ich gebe mal Help ein. Control Data Breakpoints. Also es ist da Colibri Debugger. Soweit sehe ich das. Help. Da. Da. Gute Frage, wie es funktioniert. Also man kann damit irgendwas debuggen. Dann haben wir hier Board. Das ist quasi so die Konsole und Fehlerkonsole. Sowas wie D-Mask unter Linux oder Journal Control in ganz einfach. Wo, ja, Informationen stehen, was gemacht wurde, was vielleicht nicht geklappt hat. Oh. Carpack. Da kann man Dinge packen in... Keine. LZMA. Ob der auch davon betroffen ist, von dieser Backdoor? Wahrscheinlich nicht. Weil es schon ein bisschen älter ist. Also wäre ja sonst wirklich großes Pech, wenn sie jetzt gerade die Version... Obwohl, das war ja auch eine Linux-spezifische Backdoor, die da eingebaut wurde. In wenigen Versionen von dem XZ-Util. Und, naja, okay. Unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Also damit kann man Dateien packen. Dann Diff. Kann man wahrscheinlich genau zwei Dateien vergleichen. So. Öffnen. Und... Das da. Compare. Achso, okay, gut. Also wir haben hier wiederum... Binärdateien. Denk... Oder? Denk ich mal. Und Minuet hieß der Vorgänger von dem Colibri-OS. Darum findet sich das hier wohl. Ja, also man kann zwei Dateien miteinander vergleichen. Ist natürlich besser, wenn es Textdateien sind, die auch eine gewisse Schnittmenge haben. Dann FASM, der, ähm... Ja, äh... Flat Assembler. Also der kompiliert aus einer Assembler-Datei eine ausführbare Datei. Compile, geht das? Okay. 378 Bytes sind rausgekommen. Und wenn wir jetzt... Und wenn wir das jetzt einmal starten, dann haben wir hier... So ein Hello World drin. Also was für Dateigrößen das sind. Das sind komplett andere Größenordnungen, als man das heutzutage so gewohnt ist. Doc... Docpack. Docpack. Readme. Also wer daran mitentwickelt hat und auch, ja, wer was gemacht hat, dann haben wir hier, genau. Lizenz und Hotkeys. Essige alt entfernen. Also Docpack ist ein Haufen an Dokumentation zum Nachgucken. Also das hatte ich nicht. Also Debugger. Ja, okay. Boah, gut. Ist was für wirklich sehr lange Winterabende. Die Shell hatten wir schon mal mit den 31 Befehlen. Hex... Hexedit. Also Hexeditor. Da müsste ich jetzt irgendwas nehmen können. So was wie hier. Und... Ja, genau. Jetzt kann ich da rumschreiben und das kaputt machen. Oder wenn ich weiß, wie es geht, könnte ich damit auch was editieren. Aber üblicherweise so Hexeditor. Ja. Also braucht man eher selten, würde ich sagen. Syspanel. Da haben wir ja... Oh, die wunderbare Welt der Konfiguration, der RAM-Disk. Also das ist wahrscheinlich deutlich mehr, denn bei 16 Megabyte Arbeitsspeicher... Es kommt irgendwie nicht hin. Das muss auf der Festplatte im Bereich sein. Also so kommt das ja nicht hin. Dann haben wir Videomode. Das, was wir... Okay, können wir nicht ändern. Aber am Anfang haben wir ja kurz gesehen, dass man es einstellen kann. LAN-Config. Kann ich da konfigurieren? Nee, ich kann ja gar nicht konfigurieren. Also sowas wie, ich möchte jetzt eine statische IP setzen. Das gibt es da nicht. Sys Setup System Language. Finish. Warte. Hier gibt es jetzt Deutsch. Okay. Hm. Apply. Save. Save. Ja. Uhrzeit. Datum. Aussehen. Aha, okay. Farbschemata. Oh, 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 oh. Obwohl das hier... Wo war das? Da. Das finde ich... Also nicht, dass ich es jetzt gut... Also nicht irgendwie hübsch finde oder so. Aber man kann das ganz gut unterscheiden, weil es so schön rot ist, im Gegensatz zu dem anderen, was... Achso, okay. Aha, aha, aha. Ja, das ist doch schön. Oder das? Oder das? Da stehe ich nicht so in die Augen rein. Äh... Ja, also man kann es besser unterscheiden, welches Fenster gerade aktiv ist. Bildschirmschoner dürfen... Bildschirmschoner dürfen natürlich auch nicht fehlen. K-Matrix. Ja. Kolibri-Matrix Zero-Line. Ich darf die Maus nicht bewegen. Bin ich einmal hier... Ja, ähm... Web. Oh. Ja. Und... Juhu. Also das hier wäre jetzt so ein Beispiel für Voxel. Also wir haben Punkte im 3D-Raum. und keine Dreiecke. Okay, gut. Kann man einstellen. Hintergrund haben wir. Skin Config. Skin Config. Oh. Oh, gib mal mal ein Blau. 3D. Flat. Achso. Ah, ja, okay. Ja. Ja. Kann man auch rumspielen, wenn man möchte. Also jetzt habe ich wieder die Farben zurückgesetzt. Auch egal. Volume. Da kann ich die Lautstärke einstellen. Da geht das Scrollrad sogar. Äh, ja. Ähm... Panels. Da haben wir die Uhr rechts unten. CPU-Auslastung und so weiter. Sprache ähnend. Doki. Doki. Okay. Und? Doki groß. Always show. Okay. Dann, wo waren wir hier? Wo waren wir da? Panels. Maus. Mhm. Ja, geht. Scrollen geht auch. Dann, Driver Install. Accept Risk. Video ATI KMS. Also ATI gibt es ja schon lange nicht mehr. Okay. Schrei mal vor. Okay. Und was kann dort jetzt? Ach. Das geht. Also ich kann jetzt hier, ähm... Also die, die Grafikauflösung kann sich jetzt dynamisch anpassen in VirtualBox. Also das, äh, finde ich jetzt erstaunlich, dass das funktioniert. Die müssen das ja auf Assembler-Basis oder irgendwie so nachgebildet haben, dass das funktioniert. Also das, finde ich, ist wirklich eine, eine Leistung. Das schaffen viele andere Distributionen so direkt nicht aus. Also, äh, es fällt da nicht so aus der Tüte. Man kann es nachinstallieren. Aber direkt so, äh, nö. Okay. Auto Run. Auto Run. Okay, also Programme, die beim Hochfahren mitgestartet werden sollen. Als Textdatei. Hot Angles. Also, ähm, was ist denn das? Aktive Ecken vielleicht sowas? Was passieren soll, wenn man in eine Ecke geht? Aber ich möchte das gar nicht. RPM. Stand By. RPM ist der Support. Ja, macht die virtuelle Maschine nicht. Debug Board. Start Driver. Device Found. Ja. Also, auch nochmal sowas wie D-Mask. Netzwerkstatus. Achso, okay. IPv4. Configure. Ach, hier könnte ich das sogar. Also, die Werte, die jetzt hier drinstehen, die sind totaler Quatsch. Also, oder, oder vielleicht, weil es Auto ist, ist das gar nicht ausgewählt. Und das wäre jetzt, wenn ich hier, achso, okay, gut. Ausgegraut. Nicht aktiv. Aber da könnte ich das. Netzdat. Also, von der Bezeichnung her, also LAN-Config, da hätte ich Konfigurationsmöglichkeiten eher vermutet. Und nicht bei was, was hier Stat, also wie Status heißt. Dann haben wir noch den Ghost Monitor. Da stehen dann verschiedene Dinge drin. CPU-Auslastung, RAM-Auslastung, Lüfter, wenn welche da sind, Spannung und so weiter und so fort. Prozess. Prozesse, die laufen. CPU-Prozess und Sys-Panel. Also, das hier. Also, wirklich bloß zwei Sachen. CPU, das ist das, die Dinge hier wohl. Ja, also, so minimalistisch kann es funktionieren. Darum ist das Ganze auch so schnell, weil so wenig läuft. Und weil es noch in der Seminar geschrieben ist. Das ist so effizient. Im Gegensatz zu den Sachen, die ihr von Linux oder sonst anderen Betriebssystemen her kennt. Clipboard, also Zwischenablage. Ja, habe ich einfach mal reinkopiert. Kann ich auch wieder wegschmeißen. AMD-Temperatur. Ja, nö, geht nicht. K10-Temp. Also, K10 ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Dann haben wir hier noch CPU-ID. Was ich für einen Prozessor habe, der ja auch, also die CPU wird an VirtualBox quasi eins zu eins durchgereicht. Also, von daher werden diese Werte wahrscheinlich direkt stimmen. Claw Hammer. Ist das Ding wirklich so? AMD, irgendwas? Es ist ja, also es ist ja ein Ryzen. Also, von daher Codename. Steht da Artlon? Könnte sein. Also, das würde nicht stimmen. Aber egal. Egal. So. Press Space. Key to continue. Mache ich mal. So. Press Space. Achso. Gut. Also, das macht so Muster. Da kann ich gucken, ob alles drauf ist. Oh, meine Augen. Gut. So. Ich möchte raus. Ob das alles in Ordnung ist. Filespeed. Okay, gut. Also, da kann ich überprüfen, wie schnell Dateien geschrieben werden können. Testing of Filespeed. Is destroyed contents of file. Ja, und dann gebe ich Dateinamen. Also, denke ich mal, dass ich den Dateinamen angebe. Und da wird dann in verschiedenen Größen geschrieben. Also, da wird mit verschiedenen Blockgrößen reingeschrieben. Also, 512 Byte bis zu 64 MB. Und wird geguckt, wie schnell das Lesen und Schreiben ist. Also, ein einfacher Benchmark. Dann HDD-Info. Da haben wir die Konfiguration für die Load. Save. Also, da kann ich einmal Informationen speichern und laden. Und auch Smart-Info... Okay, Smart-Informationen haben wir nicht. Ist auch in Ordnung. Ist ja eine virtuelle Maschine. Und Informationen über die verbaute Festplatte auslesen. So, Graphic Bench Test. Okay. Jetzt haben wir hier verschiedene Tests durchlaufen lassen. Und da haben wir ein Ergebnis für gekriegt. Wie schnell das hier in der VirtualBox läuft. Dann Network Speed. Das liest jetzt hier so eine 100 MB Datei von Tele2 herunter. Und... Ja gut, also die Datei wurde runtergeladen. Ich hätte jetzt noch gedacht, dass mir das sagt. Das hat jetzt so und so lange gedauert. Und eine durchschnittliche Geschwindigkeit ist folgender. Aber... Ju, dann haben wir diese Ecke oben auch abgearbeitet. Dann kommen wir jetzt zum Spiel- und Spaß-Teil. Also hier unten erscheinen diese Knobelspiele zu sein. Und... Sudoku. Ja, gut. Sudoku. Sudoku. Äh... Go... Mo... Kuh. Was ist? Gomoku? Achso, okay. Das ist sowas wie Minesweeper. Dann haben wir hier noch ein Rasenmäher. Was macht der? G. Damit kann ich den Grafikmodus wechseln. Okay. An, aus. Animationen. Hafer. So, und nu. Ich darf. Hm. Ja, also das ist jetzt der Rasenmäher-Simulator. Achso, wahrscheinlich soll ich jetzt mit... Äh... Soll ich einfach möglichst schnell... Alles... Äh... Hup. Habe ich jetzt hier so? Achso. Ah, okay, okay. Ich darf nicht über bereits gemähtes drüberfahren. Das ist der Witz dabei. Ko... Sielka. Also, falls ihr schon mal einen Rasenmäher-Simulator spielen wolltet, könnt ihr das natürlich auch unter Colibri-Royce. Und das hier? Hm. Dann haben wir noch Flappy Bird mit dem Colibri. Ich nehme natürlich Slow. Achso, okay. Das ist mir schon viel zu viel Action. Oh. Gut. Äh, also man muss den armen Vogel immer durch die Rohre durchgleiten und nicht dagegen fliegen lassen. Dann Klicks. Also, okay, gleiche Farben gehen weg. Wenn man mehr gleiche Farben hat, dann geht es besser. Geht es auch mit Einzelnen? Ne, geht nicht. Also man braucht mindestens zwei. Wahrscheinlich, wenn man jetzt besonders viele auf einmal wegkriegt, dann gibt es mehr Punkte als anders. Na, okay. Dann Snake. Play. Ui. Ha. Ha. So ein Pro-Gamer. Hä, bin ich da auf der... Ah. Ha. Ja. Und ich darf natürlich nicht in mich selbst rein und auch nicht gegen die Seitenwände. Tetris gut, denke ich mal, ist soweit bekannt. Und 15, ach, das ist dieses mit, ähm, ja, also die, 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 was es ja auch, ja, so als Spielzeug gibt, so dass man immer so ein Stück verschieben kann und hinterher soll das denn in der richtigen Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter sein. Und ja, man kann immer bloß ein Stück, also ein so ein Plättchen bewegen und, ja, ja, okay, macht mehr oder weniger Spaß. Ich würde eher sagen, weniger. Also das ist immer wieder sehr beliebt in irgendwelchen Adventures, wo es so Knobelspiele gibt, damit es länger dauert. Aber irgendwie, ja, gut, muss man mögen. Dann, äh, Pong, gut, so, ich bin blau. Oh, nein, 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 es hakt auch. Es ist nicht nur meine Unfähigkeit, es ist auch, das ist hakt. So, gut, jetzt habe ich es mal getroffen, ich mache mal gleich zu. So, Sea War, Schiffe versenken. Mine, nochmal sowas wie Minesweeper. Bloß, dass es jetzt auch so heißt. Und dann haben wir hier noch das Game Center. Und da haben wir noch mehr. Also Logik Spiele gibt es hier ein paar Mal schon gesehen. Dann haben wir hier diese Arcade Spiele. Haben wir den Rasenmäher Simulator gesehen. Bus Simulator. Also hier ist alles dabei, ne? Also Bus Simulator. Rasenmäher Simulator. Hey, ho. So, bam. Catching. Macht das sogar Lärm? Ne. Schade. Oder vielleicht auch gut so. Es macht keinen Lärm. Eh, 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 eh. Okay. Star Trek. Okay, ein Star Trek Text Adventure. Das ist jetzt wahrscheinlich hier dieses Not Found. Okay, keine Ahnung. Rocket Force. Hui. Ne? Oh. Nein. Ja. Ja gut. Und dann haben wir hier Big Games. Sowas wie Doomquake Tyrion. Da haben wir Nord License for Commercial Distribution. Start New Game. Easy. So. Ja, wahrscheinlich. Oder? Macht irgendwas. Exit, ja. Äh, öp. So. Lese, lesen, lesen. Aha, aha. Play next level. Willkommen. Von Joss. Und jetzt? Gut, ja. Okay. Hm. Ah. Das Tor. Ja. Das macht sogar Lärm. Ich höre es nicht, weil ich keine Stöpsel im Ohr habe. Also, ihr hört irgendwas. Ja. Ja, 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 ja. Ach, ach. Diese Bodensachen, die sollen auch wegkriegen. Okay. Ja, gut. Ja gut, also, man sammelt da irgendwelche Sachen und dann kriegt man mehr Punkte und dann kann man irgendwie hochleveln, denke ich mal, neue Waffen kaufen und so weiter. Ja, 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 probiert das gerne aus. Macht es besser. So, zack. Weg. Dann haben wir noch Quake Doom. Geht Quake? Oh, okay, gut. Okay, geht auf. Dann. Hallo. So, ja. Doom, Wolfenstein. Äh. War da noch was gut? Pic. Was ist Pic? Äh. Okay, Treadi. Aber für was? Okay. Ich bin das Superschwein. Soll ich jetzt auf die Kollegen hier drauf springen? Ja. Okay, gut. Komm gleich zurück. Wie? Und jetzt? So, muss ich alle platt hoppeln? Upp. Ach, Pro Gamer. Upp. Hey. Well done. Man muss sich wundern. Okay, gut. Da könnt ihr auch Schwein spielen. Jump Bump. Oha. Größer wäre besser. Also immerhin skalieren. Kann ja pixelig sein wie sonst was. Aber, okay. Escape schließt es schon wieder. Ja, also da habt ihr noch mehr Spiele bei. Fahrer. Warum ist das alles so klein? Huch. Okay, gut. Ja. Okay, also es gibt mehrere Spiele, die dabei sind. 30, wie ist das, atemberaubende Spiele sind mit dabei. Gut. Ich denke mal, den Rest haben wir auch so ganz gut abgearbeitet. Palitra? Ah, vielleicht auch schon gesehen. Okay, gut. Also das ist Colibri OS. Wahrscheinlich ist da noch ein bisschen was versteckt an der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke mal, das ist ein relativ guter Durchlauf mit allem, was es da so gibt. Und ja, das war es dann für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen was dazu gelernt oder gesehen, dass es auch noch andere freie Distributionen gibt, die nicht auf Linux basieren, nicht auf PSD basieren und ja mal was ganz anderes. Probiert es gerne aus. Es ist ja nicht sehr groß. Einfach mal runterladen, in die virtuelle Maschine reinschmeißen und ein bisschen mit rumspielen. Oder lasst es nach. Ansonsten gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Und tschüss.